Ja, Hallöchen meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist bald Ostern und wir haben uns überlegt, ein kleines Oster-Special zu machen. Ich habe mir dazu den Olli wieder eingeladen. Hallo. Yay, ich wollte immer sagen, dass hallo. Für euch haben wir uns natürlich auch was überlegt und zwar werden wir im Video tauchen irgendwo Osterei auf, so wie dieses hier. Und ihr müsst am Ende des Videos in die Kommentare schreiben, wie viele Osterei ihr gefunden habt. Und alle, die die richtig sind, kommen dann in so eine Auswahl. Und aus dieser Auswahl wird dann ein Gewinner gelost. Mann, Maxi, laber nicht so viel. Ja, okay. Lass uns anfangen. Ja, also wir sind jetzt beim ersten Spiel, dem Hindernisparcours. Jeder von uns muss diesen Parcours so schnell wie möglich bewältigen, wer ein Ei auf einem Löffel hat. Und warum der gerade schon wieder hier so ein Lachfisch hat, weiß ich nicht. Wenn das Ei runterfällt, gibt es 10 Strafsekunden. Genau, und man muss an dieser Stelle das Ei wieder drauf tun und weiterlaufen. Wer dann am schnellsten die Runde gemacht hat, hat die Runde gewonnen. Ja. Dann machen wir jetzt Sternstein. Wir machen Sternsteinpapier, wer anfängt. Ach, Mann. Wie, Fluffo. Ich muss anfangen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nee. Richtig dankbar. Oh Gott. Oh Gott. Ich zitter voll. Finito. Wie ihr seht, ist Oli schon am Start. Ich habe gerade 19 Sekunden 40 gebraucht. Mal schauen, ob er es besser macht. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, was sollen wir die Spieler beginnen? Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh Gott. Oha, wie gut. Ist ja voll easy. Ja, jetzt sind wir beim zweiten Spiel, und zwar dem Eierroulette. Hier in dieser Packung ist ein gekochtes Ei und vier Ruhe. Und vier Ruhe. Wer das gekochte Ei erwischt und sich gegen den Kopf geklatscht hat, hat gewonnen. Und, joa, dann würde ich sagen, let's go. Letztes Mal hast du angefangen, also fang ich jetzt an. Viel Spaß beim Ei gegen den Kopf klaschen. Du musst... Glaub ich, glaube ich, kurz auch so... Nein. Angefassen ist angefassen. Und angefassen ist angefassen. Achso, ich muss... Angefasst ist angefassen. Ja, er macht die Brille lieber... Äh, die Brille... Die Decke, die... Mein selbe! Egal, jetzt klappst du dir einfach irgendeinem gegen den Kopf, das ist doch wurscht. Au! Ich habe... Nein, das war nicht das gekochtet. Reil ich nicht? Weiß nicht. Du musst dir nicht gegen den Kopf hauen. Am besten seitlich. Seitlich. Also es darf nicht wieder spitzen... Nein, du sollst... Das... Das... Ja, genau so. Nicht auf die Couch! Nicht auf die Couch! Ich will sagen... Das ist, was du weißt, aber jetzt bin ich dran. Ich habe so Angst. Oh, ich fühle den Kopf da weg. Ich habe Angst. Okay, jetzt bin ich dran. Ich lieb das Ei und das Wäsche. Das ist ein großes Ei. Könnte einer von hinter den Kulissen mal Silber holen, bitte? Ich habe mich schon mal das Nächste dabei. Mach das! Nein! Nein! Es ist kein Loch drin, ne? Ich lass mich fest. Ja, mach! Okay, nächste Runde. Yo! Yo, wahrscheinlich, oder? Ich kann nicht mehr. Das Problem... Scheiße, was machen wir denn jetzt? Das war das gekochte! Das war das gekochte! Er hatte das gekochte schon! Also Olli hatte das gekochte schon. Wir sind nur zu blöd, um Eier zu kochen. Und? Also wir sind jetzt beim dritten Spiel, dem Oster-Eier-Botscher. Dort hinten liegt ein Ei. Und wir haben auch drei Eier. Wir müssen versuchen, so nah wie möglich an dieses Ei dann zu kommen. Und zwar von hier so aus. Das ist so der gedachte Linie. Okay, und zwar anfangen darfst du. Nein, ich diesmal wieder. Okay. Warte, warte, warte. Oh! Oh! Ja! Man muss immer das Ding drüber werfen, irgendwie! Achso, ich bin dran, ne? Nee! Oha! Oh! Nein! Ja! Oha! Kaustisch! Ja! 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 Würd' ich sagen, es ist auf diesen Runde ein solches Chile! Ich hab verloren, und zwar... 3 zu 0? Ja! Hab ich 3 zu 0 verloren! Ja! 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 Hm, ja! Ja. Okay, ich hab verloren, 3 zu 0, jetzt werd ich bestrafft. Der Olli darf mich mit 4 und Eiern zu klatschen. Oh Gott, so schön. So schön. So schön. Soll ich das machen? Ja. Ich hab so Angst davor. Nicht so weit ausholen. Nicht so weit ausholen. Mach ein bisschen drauf, also quatsch. Okay. Ich hab mir raus. Ah! Das ist doch so ein hartes Ei, Alter. Oh! Das war jetzt einfach so was. Das ist so fach. Ja. Ich halt's fest, das ist wahrscheinlich grob. Nein! Vorhin geht's die Wand, Alter! Vorhin geht's die Wand! Ich hab auch nicht den Namen gedreht. Ich hab das selber gestraten. Das ist... Du hast dich... ...einem Buch. Ich hab meine Morge, ich hab meine Morge, ich hab meine Morge! Ich hab meine Morge! Ich hab meine Morge! Ich hab meine Morge! Saison, bitte! Wie war eine Morge als eine Mütze? Noch eine Mütze? Aaaaaah! Ey, du bist gar nicht kaputt gegangen. Boah! Boah! Das ist doch nicht. Wo willst du's hin? Egal, mach einfach so. Ah! Das ist eigentlich auch das selber bestrafen! Ins Ohr! Oha! Ist das überhaupt froh? Ich glaub ich schon. Also das war eine Bestrafungseite. Ja! Das geht schon! Das ist doch gut! Das ist doch gut! Das geht nicht kaputt! Das ist doch gut! 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 Das war's dann mit diesem Video! Wenn's euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen! Genau! Da geht es zu den letzten beiden Videos! Und ich würde dann an der maximalen Tagesprache gehen erstmal duschen! Auf Wiedersehen!